Ich stehe zu allem. Ich bin da völlig ehrlich, was mir viel peinlicher ist, ist meine Spotify-Playlist, aber wenn ich Bücher lese, dann stelle ich die auch ins Bücherregal. Es gibt so, ich habe so ein Jan-Fleischhauer-Buch, das stelle ich andersrum rein, ins Regal. Ich glaube, viel ist genauso, wie es gerade läuft, aber ich würde mit Sicherheit ein paar Pauschalisten-Verträge an dem Tag noch abzeichnen für viele kluge junge Frauen im Internet und dann nicht mehr im Internet. Und ich würde auch ein paar Fünf-Jahres-Verträge für Kolumnen verteilen. Sehr wichtig und Gott sei Dank immer noch da.